die runde ist doch neu oder warum zum henker kommen wir gleich rein in den zombies oder kommen sie ja 3 zombies toll was jetzt gebracht ich mach vor der tod ok ich muss jetzt gerade wirklich ein bisschen nachdenken farmen und überlegen ich habe zwei kohle also das bei der weile nach einer renner noch ein paar bei mir kommen aber lasst uns noch einige alter wer hat eine belohnung wer hatte ich weiß also ich weiß nicht ich habe keine renner mehr ich habe nur noch zwei 1 mit phd flopper nicht schlecht aber so robo mitte vorsicht ne ziel und bei den roboter am fuß guckt also mit der ragan mit der ragan und naran geht dann ist das ziel genau komplett rot also dann sind da nicht mehr nur noch diese striche da beim ziel weißt du wie ich das meine sondern komplett der ring da ist ausgefüllt wo ist hier die wundervitze wundervitze keine ahnung ich hab keine ahnung komm ich mach ich mal das goldene schaufel ne oh lol hä welche habt ihr jetzt getötet ach die kohle sind verreckt lol scheiße hast du noch ein schlossi ja gut tjo ich hoffe du packst es ja ne sicher nein ich bin mir nicht sicher so ich bin aber ziemlich im Arsch warum hast du noch gekommen ok ist recht oh ne ich hab ragan mag tu wo ist er 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 aber ragan mag tu ja ja wo bist du genau wo bist du genau ich komm jetzt gleich aus dem no man's land raus und bin eingesperrt ey da hir du bist da unten ja Digga wenn ich da jetzt nicht komm sterbe ich doch ich versuch rauszukrabbeln ich hab Friedel schon herzurecht Friedel's down XMO ich hebe dich zuerst warte ich bin nicht weg ich bin nicht weg du bist du zuerst raus 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 hab ichs geing hab ichs geing Toxic Wut ich bin ich gerade perfekt what the fuck ich weiß es nicht wo bist du genau sag an ich weiß schon ich weiß schon wo ich weiß schon wo bei den Zombiemann warte ich schieße ich schieße hier Tornado ich gönn mir erst mal Nogga er gesagt bei ich mir erst mal ja ich möchte ich beide erst mal Nogga komm 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 bist du beim Saufen gestorben bitte nicht ich bin beim Saufen gestorben scheiße ja ich so warte was für ein armer Jocke bin ich hier wird die Kiste schon der ganze Zeit voll machen ja packst du mit Nogga noch kaufen wie gehts noch oder gehts nicht ja hab ich jetzt bitte nicht mehr sterben ne bitte nicht oh man ich bin ja knappe Geschichte alles hier oh man oh man oh man so 99 Volltreffer hab ich schon ich bin so ein Kacknob ey das hat jetzt mit Du zu tun irgendwann gibt's einfach ne Phase wo man schlecht ist Ende hab ich auch oft genug ich weiß aber ich nenn mich selber gerne irgendwie die Kacke diese Stimme hat's ich hab keine Ahnung ist jetzt so ne ich hasse Menschen die sich selber keine Ahnung mag das nicht ne ich hasse Menschen die sich selber Loob nennen weißt du das eigentlich ja ich hasse das ich kann das nicht abhaben wenn irgendjemand im Spiel irgendwie so und so Loob heißt ja genau Sniper Noob 69 oder so oder XX größter Noob doch was ey Slashin kommst du zur Kirchenkiste willst du mich verarschen? Nein ach du bist oh Gott ich denke mal Toxokie hängt bei mir oder bei hängst du immer bei mir rum ey ich pack's auch nicht pass auf ich ne wobei gegen Raygun würd ich's eintauschen nein ne Raygun schwitzt war ganz schön aber ist eigentlich weiß ich nicht Raygun schwitzt war ganz schön ja man wird ganz schön platz davon angeschwitzt getroffen eben halt weiß ich nicht das Ding haut einem halt um die Ohren mal gucken kommt der Roboter grad nein nein ich höre euch heute irgendwas stampfen so ja was ist das oh nice Schlag los Faust bis bis wie lang ist eigentlich die 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 Faust Insta die die normale die normale Faust oder ist die Insta oh ja haha schön wir haben doch noch gar nicht alle offen hä welche fehlt denn noch die Stamina ja Stamina oh ne alter laber nicht ich werd sterben du befreust dich so nein ich bin tot ich hab Raygun Mark II rette mich aber nicht wenn du oh ich schießt durch deine Beine ich schießt durch deine Beine ich sag's dir oh nein ey okay wir können total vergessen irgendwie den Schlag oder generell Easter Egg zu machen glaube ich wir können jetzt nur noch überleben und das war's das war das war ich bin tot ich bin tot irgendwas mit Runde sehr schön gesagt oh man naja ich liebe ich liebe Slushies verpeiltein Toxic wo warst du wo bist du Crazy place nein Generator 1 Generator 1 jetzt warte ich komm ich komm ich versuche auch gerade hier zu schwimmen naja bezweifle ich ich werde ihn retten wetten ich schaff's noch wetten du schimpfst dabei dann schaff ich's nicht mehr und dann sind wir alle am Arsch oh es wird so knapp es wird so knapp es wird so knapp warum glückst du da unten warum zieh durch zieh durch zieh durch zieh durch zieh durch zieh durch sorry dass ich wieder geschrien habe ich muss bei es tatsächlich aufpassen nein das war eigentlich vorhin nur witze wo ich das gesagt habe ich meine ich kenne das ja ich weiß ich habe meine eigenen aufnahmen auch an ich habe das erstens und zweitens wie man auch so rumschreien kann also generell das übersteuert manchmal übel total aber ok hat man mal feierstelle ich sag mal weißt du ich save hier toxic gerade ohne logger hier damit er seine sachen kaufen kann und ich würde gerne so gar geiern bei der kiste oder so ja dann geh doch schrallen kann man nur noch auf origins ich will mal unbedingt sehen wie die aussieht ich weiß nicht soll ich machen ne auf gar keinen fall ne auf gar keinen fall voller fehler ne das wäre totaler fehler muss ich alles noch mal neu planen und buchen buchen oi buchen ja buchen boah b23 ist eigentlich b23 finde ich ja ein für sich voll die coole waffe so aber ist halt schwach sowas mit den robotern ne das ist nicht mehr ganz günstig geworden so seitdem seitdem das hier mit den zombies ist irgendwie muss ich gerade lachen die ganze zeit ich weiß noch nicht ach muterst du dich dann immer nein achso die ganze zeit kannst total lachen keine ahnung glück 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 drauf warum das halt so früh lebt so früh lebt so früh lebt so früh lebt äh ja weiss nicht äh Toxikas hast du überhaupt noch lust das Feuerstadtbrätsel zu machen äh grad nicht ich hab zwei gepanschte Waffen so Wunderflitzkugel ist nicht hier auch nicht da auch nicht da also könnte sie nur Kirche sein also meinetwegen kannst du jetzt auch töten ne töten auf gar keinen fall ich bin hier gerade echt am schwitzen was ja ich bin hier gerade wirklich am kacken ja kann man auch so sagen wo ist Wunderfitz schon wieder weg oder wo ist jetzt Wunderfitz ja das weiß ich ja nicht so ist ja schon die ganze zeit seit der ganzen Rande Toxikas musst du doch wissen Toxikas hast du leer gekauft oder ich hab leer gekauft wie ihr habt zwei leer gekauft ok ich hab's gerade bei 1 leer gekauft wo 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 sag wo äh 6 oh da hinten alter im letzten Eck ich könnte ja punchen ne aber soll ich dieser Schlamm hält mich auf ja wir müssen ja nicht immer Easter Egg machen wir können ja einfach mal ja aber gut selbst für High Rounds müsste man ja die Stäbe machen ne haben wir doch ja 3 wobei Feierstab ist auf High Rounds nicht nicht so effektiv hab ich gehört also ist der gar nicht so wichtig der ist total widerlich finde ich ne also wenn genau wo ist ein Blitzstab eigentlich wo ist der jetzt der ist unten der ist unten du willst deine von den Waffen loswerden du willst deine von den Waffen loswerden nein ich hab die gepuncht die Waffe du willst du ne andere gepunchte Waffe dafür ja wieso ah Teddy Perk ist weg komm in die Mitte oh ich hab gehört Teddy Perk soll richtig geil sein ne auf jeden Fall komm in die Mitte da behält man sein Geld und bekommt gar nichts ne aber man behält sein Geld ist ja wohl totaler Win ne genauso wie bei der Kiste bei dem Teddy ja ey ohne Scheiß Slushie kann so Werbesprecher werden ohne Scheiß es kommt so gut es kommt so gut einfach es kommt so gut einfach nur ich pack's nicht was habt ihr gerade gemacht Waffe gemacht achso wir haben Waffeln gebacken Waffeln gebacken Waffeln gebacken sag mal ja Speedcooler will ich noch haben und dann was oh lol die Drohne hat ihn gekillt toll ich hab zu mir Blut viel Spaß Jungs die Wunderflit ist weg ja ja oh ich wette mit dir ich werde sterben auf Singens kann ich nicht wirklich gut halten wie er schon voraussagt ich werde sterben ja ich hab eine Vision hm wo ist denn 4 gaga achja ich hab übrigens Kirsche wow komm doch ey laber nicht hat er Kirsche alter betreibt ich bin auch Kirsche ja man meine gepannte Waffe kann ich holen ja la 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 endlich wer bin ich denn Richtofen du kannst mich nicht ewig ignorieren Richtofen du weißt was geschehen was ne Klagelied natürlich Kiste gib mir halt noch was beschisseneres Klagelied ist so schlecht auf High Rounds übrigens ich weiß was du wirklich bist oh könnt ihr mich bitte beschützen mein Ohr juckt mein Ohr juckt übelst übrigens das magst du auch mal ja meinetwegen kannst du holen ne wobei warte noch na egal egal ich hab's spät gesagt achja ich hab übrigens dieses dass ich die gratis Waffe bekomme ich auch achja er ist übrigens auch fertig jetzt ne alles und ich bin schon wieder da nice wo bist du bei Dingens hier ja sag Nogger na doch ich komm warte einen Affen hab ich noch wir können in übrigen Dingens jetzt danke bitte er muss leben er muss leben er muss leben hier die andere Seite weil ich's kann oh boah das ging schnell ah wunderviertes bei Nogger ja komm hol die Nogger ich beschütze dich komm ich will die Kirsche haben kommt schon Leute ich weiß nicht ich weiß nicht einmal NEIN double tap alter mir lag das game gerade läuft das ist auch ne das ist nicht dein also frame lag eigentlich ich hab gerade auch gerade gedacht dass wir da drin ich bin auch down ne ich bin nicht down oder ne boah der sofort sich hat den Arsch gerettet was war das ein Teddy Perk das ich weiß ich weiß nicht wie bitte ich habe übelst lustlos ja ja ich kenn das wenn man down geht das ist scheiße nein nicht der so und saumübe lass mir jetzt ein Leben oh Gott sorry ich wollte das ja ja ist egal ja PhD alter ne man Leute jetzt ist doch nicht ganz im Ernst diese scheiße hier oder scheiße ja dieser scheiß Wunderblitz ja doch ich mach ihn ja schon leer ich bin schon voll dabei Hallo Sir ja wie geht's Ihnen heute ja mir ist auch gut oh man wie ja wieso treten Sie sich einfach nicht finde ich völlig unüblich von Ihnen oh man das wird doch jetzt oh Gott ja also Entschuldigen Sie Entschuldigen Sie Entschuldigen Sie Seien Sie beide down oder was Nein ich hab Zombie Blut so Entschuldigen Sie ey Sie da können Sie auch mich zu ignorieren Entschuldigung achso du redest mit den oh Zombies Vorsicht ich bin jetzt grad nach unten gerannt ne oh ne Entschuldigen Sie ja ja wie geht's Ihnen ja ja mir geht's auch so ja ja ich bin ganz ihrer Meinung wieso schlagen Sie mich einfach so ich finde ich ganz unnötig von Ihnen ich seh dein Schild lol na ω Was ist ni ne sch Mann, denn da hab ich keine Gamer. Heavy. Oh, Mann! Ja, ja, ich rette ihn, ich rette ihn. Nein! Das haust du nicht. Ja, okay, haust du rein, was? Ich 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 ich, ich 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 ich, ich ich ich. Ich schärfe mir der Kopf schon so ... Matsch. Naja, Kopf und Machst uns auch, ich kenn das. Ich fisch schön. Vor allem, ich hab heute davon noch Dark Souls geht zuhause. Davon hätte ich auch verbrauchen, wenn ich etwas gemacht habe. Ja, nein, das ist normal, weh. Na gut, Toxy ist weg. da war einmal waffe wechseln zu viel ja wenn du willst können wir auch jetzt aufhören also von mir aus können wir auch noch irgendwas anderes spielen jetzt noch ich muss schauen ich habe keine money mehr ja es ist nicht das thema gut leute das war's origins ja mobster dead verreckt autentia jetzt verreckt ja muss auch mal seine wo man mal so richtig hart verreckt und topspiel starbarn sehr schön gut haut rein bis nächstes mal tschüss